Anstatt herkömmlicher Viskosefaser verwendet Irie Daily nun nachhaltige und umweltfreundliche Lansing Ecovero Viskosefaser der österreichischen Firma Lansing. Für die Gewinnung der Lansing Ecovero Viskosefaser wird Holz und Zellstoff aus nachhaltiger Holzwirtschaft verarbeitet. Die Herstellung herkömmlicher Viskose ist hingegen nur unter dem Einsatz von sehr viel Chemie und hohem Wasserverbrauch möglich. Daher sind wir sehr froh, dass es die Alternative von Lansing gibt. Lansing Ecovero Viskosefaser ist sogar mit dem EU-Eco-Label ausgezeichnet. Diese Siegel erhalten nur Produkte oder Dienstleistungen, die nach umweltfreundlichen Aspekten hergestellt werden.